Best Practice Energieeffizienz. Energie ist bei Ökoprofit eines der Hauptthemen. Denn jeder Betrieb kann ökologisch sinnvoll Kosten sparen. Zum Beispiel bei der Beleuchtung. So hat ein Münchner Hotel beim Umbau seiner Tiefgarage 60.000 Euro in eine LED-Beleuchtung investiert. Damit spart das Hotel pro Jahr 20.000 Euro Stromkosten. Eine Investition, die sich bereits nach drei Jahren amortisiert. Ein anderes Hotel verringert mit einem Absenken der Spannung den Stromverbrauch. 90.000 Euro hat diese Umstellung gekostet. Die Einsparung jedoch beträgt pro Jahr 23.000 Euro. Und der Stromverbrauch sinkt jährlich um ca. 150.000 Kilowattstunden. Das Thema Energieeffizienz ist allgegenwärtig. Das Programm Ökoprofit Energie hilft hier gezielt. Sie wollen mehr wissen? www.ökoprofit-deutschland.de www.ökoprofit-deutschland.de